Ja, hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fountain of Youth. Hier immer noch im schattigen, ähm, ja, Felsen. Was machst du denn da? Warst du das letzte Mal nicht da? Im schattigen Felsen? Doch, die hat das letzte Mal auch umgezwitschert hier, glaube ich. Und da habe ich den T-Shot noch reingeschmissen. Ausgeräumt habe ich den nicht mehr. Ich hatte einfach aufgehört, genau. Und wir hatten überlegt, ob wir dann uns das Nesten holen am Ende der letzten Folge. Und, ja, bla, auf jeden Fall sind wir noch im Schatten. Die Sonne macht uns hier nichts. Ich habe die Fackel an, weil ich mit der Fackel Skorpione von mir fernhalten kann. Und ich hatte überlegt, ob wir vielleicht, ja, komm, mein Schlenkchen, wo bist du? Wir vielleicht noch das andere, ähm, Kupfer holen sollen. Das andere Kupfer befindet sich ja hier. Hier oben. Da. Hier waren wir jetzt dran. Der Jaguar, den haben wir erlegt. Da oben wäre noch ein Jaguar. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier durchkämpfen, um nochmal wahrscheinlich sechs Kupfer zu holen. Aber, ich weiß nicht. Das Kupfer, was wiegt denn ein, so ein Kupfer? Das wiegt sechs Kilogramm. Also, das ist schon fett. Das kriegen wir hier nicht rein. Und wenn ich jetzt hier sechs mal, sechs sind 36. Da bin ich ja gnadenlos überladen. Das, das wird wohl nichts. Ich weiß, es könnte ganz knapp reichen, aber dann nach Hause schleichen, ich weiß nicht. Zwischendurch haben wir ja auch noch einen Haufen T-Schuss und, 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 und. Und, warum habe ich denn den eigentlich nicht zerlegt? Was habe ich denn da gemacht? Hätte ich keinen Bock mehr am Feierabend, oder was? Ja, wir werden den jetzt noch mitnehmen. Nehmen alles mit. Komm, auf geht's. Und, ähm, vielleicht spazieren wir erstmal schnell nach Hause. Und gehen direkt dann wieder los und holen die anderen sechs Kupfer. Und lassen da in der Zeit vielleicht auch schmelzen. Das können wir reinpacken. Alles rein hier, was schlecht werden kann. Ne, das Essen, das bleibt am Mann. Zack, zack. Ähm, ja, 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 ja. Ja, was wir auch noch gemacht haben, ist, wir haben Bücher gelesen und sind dadurch besser geworden. Weil, Ziel ist ja jetzt hier Kupfer zu holen, um auf der Vogelinsel unsere Beete ordentlich auszubauen, ne. Ah, jetzt wird's auch schon dunkel. Das ist auch gut. Das kommt mir entgegen. Ich sag ja, früher war's ja hier so, dass die Sonne mega gebrannt hat, ne. Und das macht's auch im Moment irgendwie gar nicht mehr. Was ist denn hier in dem Nest drin? Können wir das doch blündern? Ach, wir Wörmer, ne. Die brauche ich jetzt nicht. Angeln tue ich im Moment nicht so viel. Im Spiel. Ja, dann. An der Schlange vorbei, ab nach Hause. Die Kotze hatte ich ja eh vergessen auszuräumen in der letzten Folge, also nehmen wir die auch mit. So soll's sein. Auf dem schnellsten Weg erstmal wieder zurück. Hier fehlt's mit der Schnellreisefunktion. Aller Starfield. Das wär cool. Dich nehm ich mit, Drachenfrucht, und dann geh ich in Deckung. Das hast du dir ja falsch überlegt. Wo sie auch hingeflogen ist. Ich will doch nur nach Hause. Warum machst du sowas mit mir? Jetzt muss ich auch dein Nest blünden, dann bist du selber schuld. Ja. Heute hier. Wollte ich mal einen Wagen jetzt hingestellt? Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt einfach nur noch geflüchtet. Da liegt alles rum. Wo ist denn das Nest? Die lassen wir mal hier liegen. Da rollt sie wieder da irgendwo da runter. Ja, roll, roll. Wo war denn der? Da oben. Ja gut, okay. Ich war schon in der Nähe von ihrem Nest. War so... Wegen drei Würmern. Echt jetzt? Hast du mich jetzt wegen... Hast du jetzt die drei Würmer hier verteidigt? Die dumme Nuss. Und dafür hast du ins Gras gebissen. Na, du bist ja selten dämlich. Na, naja. Dann rupfen wir sie. Vielleicht schrieben wir gar nicht, aber die Eier kriegen wir raus. Und das brauche ich nicht bauen. Das heißt, die Habchen sind eigentlich gar nicht schlecht. Wir kriegen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Hat mal ein erfolgreicher Torhüter gesagt. Ja, die wären auch schlecht. Oh, und schon ist nämlich unser Wagen voll. Ja, das hätte keinen Sinn gemacht. Also ab nach Hause. Da vorne ist unser Rauchsignal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht hier irgendeine Schlange renne oder sowas. Auf dem schnellsten Weg zurück nach Hause. Hau ab, du Tito. Ich renne ganz schnell einfach nur an dir vorbei. Ich will nichts von dir. Ich bin auf der Flucht. Ich bin auf der Flucht. Lass mich einfach in Ruhe. Brauchen wir eigentlich mal wieder Seen oder sowas? Und wir wollen mal wieder Büffel jagen? Ich weiß gar nicht. Ach, ich glaube nicht. Ich denke nicht. Wie lange wir mittlerweile sprinten können. Ey, guckt euch das mal an. Wie lange der Balken, der Außerbalken mittlerweile aushält. Fast den ganzen Weg mit Sackhacken am Rücken sprinten wir hier zurück zu unserem Haus. Also das ist schon heftig. Voll genial. So, und jetzt ist er erst kaputt. Das hat ja genau gereicht. Wunderbar. So, wir sollten jetzt aber ausräumen. Also, hier haben wir noch eine Lagerkiste, wo Essen rein kann. Da sind übrigens auch noch Pilze drin, sehe ich gerade. Wir könnten theoretisch jetzt auch unsere Fackler ausmachen. Es ist ein bisschen dunkel dann. Aber, ach Quatsch, wir lassen es an. Was haben wir denn hier in der Hütte? Ja, dann packen wir mal das Fleisch rein. So, Fleisch raus. Einmal zu mir, bitte. Das Fett raus. Das Fleisch, das habe ich mitgenommen zum Essen. Die Frucht raus. Die Drachenfrucht. Und die Eier. Das andere Zeug kann eigentlich gar nicht mehr schlecht werden. Ja, die Kotze, die kann ich ja hier hinten hinpacken. Da hatte ich doch auch diese... Genau, das schmeißen wir mal alles dazwischen. Hier wird halt auch noch nebenher Kotze gemacht. Da können wir hier vielleicht auch noch später mal ein Beet anflanken. Warum habe ich die Kotze jetzt nicht rausgeholt? Ich sage immer, Kotze sind die verdorbenen Lebensmittel übrigens, ne? Falls sich jemand fragt, das ist doch keine Kotze. Doch, für mich ist das Kotze. Sieht nämlich so aus. Wie so eine Pizza da hingeschmissen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, da hätten wir auch nochmal neu machen können, gell? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Da können wir das hier ja auch gleich wieder neu anpflanzen. Also neu ansetzen, meine ich nicht anpflanzen. Also Kotze pflanzen. So. Das machen wir gleich auch noch hier. Kann er gleich neu machen hier. Komplett neu anlegen, neu produzieren. Und den Dünger, den nehmen wir mit auf die, auf unsere Vogelinsel dann. Und das Schiff, genau, das Schiff haben wir in der letzten Folge ja auch noch abgepimpt hier. Komplett voll der Mega-Stauraum jetzt hier in dieser bestärkten Kiste. 200, 200, guckt euch das an, hier, 200 Platz haben wir jetzt da drin. Mega, mega genial, gut. Ja, aber jetzt, was wollte ich da reinpacken? Ich wollte doch die, genau, das da rein einmal, da haben wir jetzt 18 Mal. Dann können wir die Eier, ja, das frische Zeug, das fahren wir mal alles nach Hause. Weil wir sind jetzt auf der Kupferinsel noch ein bisschen unterwegs. Das können wir auch da reinpacken. Den Kaffee, der wird schlecht werden. Das behalten wir am Mann. Zum Reparieren, bla bla bla, bla bla. Das müssten wir sowieso bald machen mit der Axt hier. Ja, und wir müssen de facto Kupfer machen. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Kupferschmelze. Eins, zwei, drei. Da lachen noch zwei rum, ne? Hier. Das heißt, wir müssen auch wieder Feuer anzünden. Ja, da können wir jetzt echt jetzt die Fackel ausmachen. Also komm, das ist Verschwendung. Äh, löschen. Wir machen uns jetzt hier ein bisschen anders Feuer an. Entzünden, aber bitte mit ein bisschen Verzöger, äh, Verringerer der Zeit. So, und dann packen wir da ein bisschen Kupfer rein. Schön, dass es immer aussieht, gell? Finde ich, also, so mit der Beleuchtung und alles. Also das Spiel ist echt toll. Jeder, der da so ein bisschen nebenher survivalen will, der kann das auch für sich langsam spielen. Ihr seht es ja in meiner Spielfolge, wie weit ich langsam mittlerweile bin. Und wie schlecht ich bin, weil ich nicht vorwärtskomme. Aber, aber man hat da echt Spaß. Das beruhigt halt auch, wenn man Feierabend hat, sich ein bisschen ransetzt. Aufpasst, dass man nicht, äh, ohmächtig wird, weil man zu müde ist. Und, und, und. Also das kann echt Spaß machen. Wie sieht es denn hier aus, am Ausgabebehälter? Du hast einmal Salz, das nehme ich raus, und Wasser hast aber zu wenig drin. Dann ist kein Wasser mehr drin, oder was? Du hast kein Wasser mehr. Wieso hast du kein Wasser mehr? Das geht ja gar nicht. Hinzufügen bitte, einmal, Salzwasser, rein da. Nochmal rein. Die machen wir wieder gleich ganz voll hier. Der darf gleich mal richtig arbeiten, der Kleine. Zack, zack. Die sind nämlich echt gut. Und so ein Ding bauen wir uns definitiv. Achso, haben wir überhaupt Wasser auf der anderen Insel? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin ein bisschen überfordert im Kopf. Ja doch, Meerwasser, Mann, bin ich... Habe ich überhaupt Wasser gestrandet im Pazifik? Naja, das war dann wieder mal so ein richtiger Aussitzer am Freitagabend. Ja, ist Freitag heute, wo ich das hier aufnehme. Aber das ist immer manchmal so, ja, ist das... Jaja. So, das wird jetzt reichen, aber wir machen die Dinger auch wieder... Halt, hier haben wir doch auch noch angesetzt. Wie sieht es denn da aus im Ausgabebehälter? Zweimal Salz, können wir auch noch rausnehmen. Wasser 21 von 30. Und für Dunstungswasser fehlt die Maure, ist auch nicht ganz voll. Machen wir auch noch was rein. Dass das wieder komplett voll ist. Aber die Dinger, die bauen wir uns definitiv auch auf die andere Insel. Das brauchen wir ja auch. Also auf die Vogelinsel. Sechs. Wasserproduktion. Ich meine, da regnet es ja auch. Hier ist es eigentlich wichtiger, ne? Das ist schon richtig. So, dann legen wir die Dinger wieder da hin. Nein, doch nicht das! Du Held! Der Sonne. Das brauchen wir nicht. Das kann weg. So, jetzt sollte auch in der Zeit das hier fertig geworden sein. Schon einmal. Alles klar. Wir setzen wieder eins an. Und dann haben wir jetzt schon wieder vier Brocken Erz, Kupfererz weg. Eins, zwei, drei. Das nehmen wir noch raus, so wegen Gewicht. Flaggen das mal da hin. Jetzt können wir denn wieder zweimal Kupfer machen. Wir brauchen ja... Habe ich nicht schon Kupfer ins Boot gepackt eigentlich? Ich dachte, gell? Ich meine, wir haben schon mal geschmolzen, ne? Ähm... Wie Sie sehen können, nicht. Hä? Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte echt schon Kupfer hergestellt. Naja, dann jetzt Kupfer da rein. Wir haben jetzt richtig Gewicht... Also, wir können jetzt richtig was herstellen hier. Und reinschmeißen. Salz zum Kochen und Gedöns brauchen wir ja jetzt hier nicht. Das können wir hier reinpacken. Auf geht's. Da haben wir jetzt mittlerweile auch richtig gut Salz am Start. Ich sehe. Die Federn... Ah ja, die habe ich... Doch, die brauche ich schon hier. Bei dem Chemietisch, um Kartografierungszeug herzustellen, habe ich die hier reingeschmissen. Alles klar, da sind die Federn. Die sind so schwer, die müssen auf jeden Fall raus. Ja, ja. So, jetzt hat man jetzt hier noch irgendwelche Sachen, die so gut wie kaputt sind. Ey, was hat denn der für eine Haltbarkeit noch? 25 von 315. Da gucken wir mal. Wollen wir den reparieren? Ich rede immer noch mit so einem Kack-Sperr rum. Ich weiß, wir können längst Kupfer nehmen. Aber... Aber... So, das ist abgeschlossen. Da können wir auch wieder eine Teeschuhhaut hier anbringen. Da können wir auch wieder eine Teeschuhhaut anbringen. Das machen wir da drüben auch. Ich glaube, die ist auch fertig. Und da hatte ich doch auch noch was vor. Ich wollte doch so eine komische Flasche damals herstellen. Jetzt haben wir hier einen Haufen getrocknete Teeschuhhäute. 1, 2... Ich glaube, das machen wir extra in einer anderen Folge. Hier liegt noch so viel rum. Das machen wir, wenn wir hier zwischendurch mal andere Sachen holen müssen. Ziehen wir uns auf. Weil das hier... Das habe ich doch hergestellt. Stück Teeschuhleder. Und da braucht man glaube ich drei Stück. Was brauche ich denn, um Teeschuhleder herzustellen? Verflixt. 1, 2... Brauche ich da zwei Stück davon nur? Stück Teeschuhleder. Was will er haben? Das ist eigentlich nur eine? Nur eine getrocknete Teeschuhhaut war das? Ja, auf geht's. Komm, mach das jetzt hier in der Nacht. Da wird es doch langsam hell. Dann schmeißen wir die eine Haut wieder hier hin. Nehmt das mal mit. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Was kann ich denn damit machen? Das war doch diese komische Flasche. Bauplan. Nein, was tust du denn? Was macht der denn? Baupläne. So. Genau, die Teeschuh-Trinkflasche. Ah, der braucht einen Tontopf dafür noch. Na so Mist, habe ich überhaupt noch einen Tontopf? Boah, jetzt muss ich auch noch einen Tontopf brennen, weil ich keinen mehr habe, glaube ich. Aus mit. 1, 2 rein. Nochmal Kupfer. So, äh, Ton, Ton, Ton. War ganz viel da drin, ne? Meine, ich habe doch gesammelt, wie die... Bist du für Gasung? Ja, da hinten ist es doch. Ich glaube, den Tontopf, den kann ich jetzt herstellen aus einem so einem Ding. Schau mal, in der Dunkelheit geht das? Ah, da braucht er Lehmstreifen. Und Lehmstreifen. Wie viele Lehmstreifen wir da haben? 2? Wir machen mal 4. Ich hätte auch noch, ich weiß, komm. Ich weiß gar nicht, wo ich die Lehmstreifen hin habe. So, mach den Tontopf bitte einmal. Zack. Und schon ist auch draußen schönes Wetter. Es ist hell und ihr seht wieder was. Und wir sind total im Eimer. Wir sind zwar fertig. Auch hier, das müsste fertig sein. Ja, abgeschlossen. Dann machen wir auch wieder aus. Wir müssen hier Treibstoff sparen. Muss ja nicht sein, dass es die ganze Zeit brennt. Wir machen dafür den Brennofen an. Entzünden. Einmal damit, bitte. Zack. Und da kommt jetzt der Tontopf rein. Oh, da reicht's Feuer wohl nicht mehr. Was hat denn der? Hat der Holz? Wo ist denn hier Brennstoff? Tatsächlich, der braucht ganz normales Holz. Oh, das hat aber ganz schön abgenommen bei mir hinten. Hey, das war mal richtig voll. Dann muss ich auch mal wieder hier offline nachlegen. Dass uns das nicht ausgeht. Weil das ist ja sehr interessant für euch, wenn ihr zuschaut, wie ich hier Feuerholz da reinschmeiße. So, jetzt soll das auf jeden Fall reichen, bis er fertig wird. Ja, reicht auch. Da brauchen wir nicht ran. Ja, ganz viel nebeneinander, nebenher gemacht. Das ist wie, also, eigentlich macht das Frauen Multitasking. Das kann ich eigentlich nicht. Ah, wir wollten doch diese Flasche machen. Genau, aber jetzt gucken wir mal der Tontopf, 13 Minuten. Das müsste ja gleich fertig sein. Was dauert die Haut noch hier? Das dauert sieben Stunden. Also, das ist richtig ewig. Da liegt die Säge rum. Ja, diese Flasche. Der Ton, ja, wir brauchen den Tontopf. Genau, das geht gar nicht ohne. Schneller, los jetzt. Drei Minuten. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Ja, und da ist auch der Tontopf fertig. Das ist wunderbar. Raus mit dem Ding. Das Feuer mach mal aus. Nicht, dass es wieder hier alles kaputt ist. Und da können wir das Ding direkt herstellen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das müssen wir wieder irgendwo an der Werkbank bauen. Was brauchen wir dafür? Oh, da kann der das direkt. 39 Minuten nur. Oh, der macht das direkt hier. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir so eine Flasche. Wie viel geht da rein? Wie viel Wasser geht da rein? 40? Ah ja, genial. Ja, da holen wir jetzt gleich mal hier Wasser raus aus dem, was wir gerade destillieren. Wie viel Wasser ist da drin? Also, Ausgabebehälter. 23 nur. Das ist ja nichts. Ja, aber her mit. Das nehmen wir jetzt mit. Auf geht's. Dann machen wir uns mal die Flasche voll. Aber so richtig. Ja, aber nicht mit Salzwasser. Ich will... Ja, genau. 30 Mal. Das muss man eh rausholen. Ansonsten kann der ja nicht weiter produzieren. Okay. Das ist ja genial. 40. Da müssen wir mehr bauen von den Dingern. Definitiv. Auf das wir nie wieder Wasserprobleme kriegen, wenn wir unterwegs sind. Das gefällt mir richtig gut. Ja, jetzt haben wir Kupfer gemacht. Wir müssen ja auch wieder Kupfer holen. Das heißt, das Kupfer raus ist nämlich schwer. Aber nicht ganz so. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer wie das Erz an sich, ne? Das wiegt nur noch zwei. Das Erz, wenn du es holst, wiegt sechs. Frechheit. Ja, komm. Das Salz nehmen wir auch mit aufs Schiff. Die Lehmstreifen auch. Dass wir welche dort haben drüben. Ja, genau. Lehm ist, glaube ich, ein Problem auf der anderen Insel. Da habe ich nämlich keinen... Ja, dann nehmen wir uns mal lieber ein bisschen was mit hier. Dann machen wir uns ein bisschen was. Falls wir uns auf der anderen Insel dann doch noch was herstellen wollen. Was können wir denn machen? Wir machen mal Lehmziegel. Zweimal. Da haben wir vier Lehmziegel. Die nehmen wir mit. Die brennen wir uns. Müssen wir die eigentlich brennen? Wir machen einfach mal. Wir bereiten mal vor für die anderen Inseln hier so ein paar Sachen. Sicher, sicher. Ein Lehmtopfen rohen. Das habe ich. Acht Lehmstreifen. Auf geht's. Zwei Lehmziele. Wahrscheinlich mache ich viel zu viel Scheiße. Äh, Scheibenkleister jetzt. Oh, jetzt bin ich da hin. Jetzt bin ich wieder durch den YouTube-Algorithmus gerasselt. Den Topf machen wir auch noch. Da brennen wir halt noch einen. Und den packen wir auch noch aus Schiff. Das ist sicher, ist sicher. Dann haben wir das. Auf dem Boot unterwegs. Und können das irgendwo anders nochmal verwenden. Falls wir es dann doch nochmal brauchen für was. So, den Tonkopf. Einmal. Blitze. Hinzufügen. Tontopf. Ja. Komm, brenn dich durch hier. Ähm. Einmal anzünden. Kannst du mir gleich den Tontopf machen? 39 Sekunden. Ja. Das andere Lehm... Achso. Ich wusste jetzt gar nicht, was ich noch hätte dazu packen können, gell? Das habe ich gar nicht geschaut. Lasst uns mal das rausschmeißen hier. Einmal raus. Zweimal raus. Dreimal raus. Viermal. Fünfmal. Sechs Lehmziegel habe ich da jetzt gemacht. Echt jetzt? Und die Lehmstreifen selber, die kannst du ja nicht brennen. Aber die Ziegel kannst du brennen. Bin ich mir nicht sicher, ob der das braucht. Gebrannt oder einfach normal. Sechs Lehmstreifen. Einmal hier rein. Einmal acht. Okay. Zweimal Lehm an sich. So rein. Ja. Ich sag doch, ich kriege das voll. Das Schiff. Aber wenn wir jetzt mehr Platz haben, das heißt nicht, dass ich keine Probleme kriege mit Unterbringung von Sachen. Bin ich der Held drin? So. Die Lehmziegel. Ach, das sieht ja kacke aus. Leg das doch mal ein bisschen wenigstens davor. Ja. So sieht das doch aus wie auf der Baustelle. So gefällt mir das. Noch sechs. Auf geht's. Minuten. Dann ist wahrscheinlich auch da hinten schon wieder unser Zeug gar. Also wie schnell das kompostiert. Ist ja echt der Wahnsinn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Gleich wieder neu ansetzen. Effektiv arbeiten hier. So. Da kommt die Kotze wieder rein. Auf geht's. Und das andere kommt wieder aufs Bow. Aufs Bow. Aufs Bow. Aufs Bow. Aufs Bow. So, da wird's Zeit, dass wir hier nochmal losmarschieren. Wir müssen wahrscheinlich vorher schlafen. Das seh ich schon. Weil der ist ja total im Eimer. Äh, da warst du fertig, ne? Nehmen. Löschen. Euer aus. Dann tun wir den gebrannten. Ja, und die nicht. Das wollte ich ja wissen. Müssen wir die brennen. Den Lehmziegel. Plätze. Hinzufügen. Gebrannter Ton, äh, Topf. Oder eine Tonform für Armbrüste. Die haben wir ja schon. Was wir dann dafür haben? Da will der Lehmstreifen. Die hab ich ja im Schiff. Aber die können wir jetzt dann halt einfach so mitnehmen, oder was? Naja, das hätt ich mir dann auch sparen können. Brennen brauch ich die scheinbar nicht. Ja, komm, auch aufs Boot. Was wiegt so ein Ding? 3. Insgesamt 18. Ja, gut, das schmeißen wir dann halt definitiv raus, wenn wir da sind. Jetzt sind wir nämlich schon fast bei 100 wieder. Wenn wir das alles da reinpacken. Aber müssen wir jetzt machen. Ist so. Was ist hier los? Das kommt raus. Das brauchen wir nicht mitnehmen. Komplett raus. Die Jaguar haut auch raus. Die Tejo heute auch raus. Und der Rest bleibt drin. Da hätt ich jetzt gesagt, wir packen mal ein Wasser als Ersatz da rein. Dann brauch ich das nicht selber umschleppen. Und jetzt können wir auch im Wasser wieder hinlassen. Wir haben eine gute, das ist eine super Flasche, haben wir jetzt uns gebaut. Die ist mega gut, die Tejo Hautflasche. Als ich das gewusst hätte, ich da echt viel Ära wäre drauf gelegt. Das hauen wir uns mal hinter die Kien hier. Dann ist es weg. Oh, jetzt ist es fast wieder umgeschmissen. Ich glaube, jetzt ist es eh zu heiß. Es gab hier tatsächlich in dem Spiel Zeit, das war brennender Sonnenschein. Ich habe mich dann in der Mittagssonne, was wir jetzt eigentlich haben. Guck mal da hin. Es ist komplett Mittagssonne. Da stand ich hier und da kam dann hier oben links die Anzeige. Achtung, Hitze. Du musst weg, du verbrennst dich sonst. Warum das nicht mehr ist, weiß ich nicht. Entweder habe ich irgendwas gepimpt und habe es nicht mitgekriegt, dass ich mich irgendwie verbessert habe. Ja, was soll's. Ist so, ne? Ist lieber so, als dass ich ständig mich aufrege, dass es so ist. Oh Mann. Voll. Ja, ja, ja. Gut. Alles klar, ich wollte die Sehnen. Wollte hier hochpacken. Irgendwann brauche ich die, das weiß ich. Aber jetzt im Moment habe ich noch keinen Nutzen dafür. Ich habe mittlerweile zwölf Stück Alkohol haben wir ja auch drin. Wie sonst was. Habe ich einen Hammer einstecken? Ne, den habe ich gerade nicht einstecken. Einen Hammer. Doch hier. Hammer hätte ich sogar einstecken. Wir könnten nämlich so eine Jaguarhaut auch noch unten verbringen, ne? Ah, nee, können wir nicht. Wegen den Fenstern überall, oder? Ja, das ist natürlich blöd. Wegen unseren Fenstern. Habe ich jetzt hier keine Jaguarhaut. Blick aufs Wasser machen wir schon auf. Vielleicht könnte ich es hier hinbringen. Das eine Jaguarfell. Weil an der Schräge wird das nicht gehen. Da haben wir ein Fenster, da haben wir ein Fenster an unserer Schlafecke hier. Und hier wirst du es nicht anbringen können. Wir können es mal probieren. Ich will es mal wissen. Wo ist denn der Hammer? Ausrüsten. Einmal den Hammer raus. Und wo ist jetzt das Fell? Und das würde ich gerne platzieren. So, ich muss den bitte eins ausrüsten. So, wo ist das Fell? Fell, 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 Fell. Alles klar. Leider geht es. Das wäre halt auch schön, ne? Wenn man das eigentlich schräg machen könnte, können wir es oben dran machen. Auch nicht. Das hätte mir jetzt echt gefallen. Er bietet es ja schon an, dass es schräg dran ist. Das würde doch voll schön aussehen. So ein Fell noch als Dämmung. Aber will er nicht. Naja, gut. Dann machen wir es halt hier hin. Das Jaguar-Fell. Einen besseren Platz wüsste ich jetzt nicht. So. Zum Sichtschutz. Können wir das nochmal ändern? Was? Ins Inventar legen? Ja, komm. Drauf. Ja, geschissen, hätte ich fast gesagt. Wir lassen es so. Bleiben wir es da hängen. Dann ist das Jaguar-Fell auch weg. Was war noch hier drin, was raus muss? Die Tejo heute. Ja, ganz klar. Die müssen wir ja noch trocknen. Die kommen dann wieder hierher. Davon haben wir jetzt echt genug. Da können wir uns echt... ...totschmeißen mit. Warum bist du eigentlich aus hier? Ich hab den ausgeschaltet, weil ich nicht mehr wollte. Vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Na, dann... Dann war diese Aktion jetzt umsonst. Dass das nicht geht. Ich würde gerne alle mit einmal rausschmeißen. Warum geht das nicht? Ich kann sie nur einzeln anklicken. So, Mist. Naja, dann machen wir es halt so. Kohle brauchen wir jetzt auch nicht. Die nächste Aktion ist... ...das Lager. Das andere Lager da oben auszuräumen. Das andere Kupferlager. Und dann gibt's ja hier noch ein... Oder sollen wir gleich auf das Kupferlager gehen? Weil hier hab ich doch diesen interessanten Ort verpennt. Das wär aber ein ganz schöner Weg, hey. Wir sind hier unten. Wir müssten hier quer durch... ...durch den Haupteingang von früher. Hier rüber. Habchenalarm. Ananas. Essen. Da auf diesem Berg. Da hab ich einen interessanten Ort verpennt. Den wollt man eh noch machen. Wir streichen da oben das. Hier. Das haben wir hier leer gemacht. Das Kupferporkum hier lass ich jetzt auch mal in Ruhe. Wir setzen uns das hier als nächstes Ziel. Warum? Warum hab ich das jetzt wieder so gemacht? Ich wollte da einen Zielmager einsetzen. Einmal da. Ausrufezeichen. Nächste Mission. Aber vorher müssen wir schlafen. Definitiv. Der ist total im Eimer. Wir können ja noch mal was lesen. Haben wir in der letzten Folge ja auch richtig viel gemacht. Es war doch noch ein Buch dabei, was ich noch nicht gelesen hatte, oder? Genau. Zwei. Liste verschiedener Künste. Verschiedener Künste. Von Theophilus. Was... Wie heißt der? Presbyter. Presbyter. Was hat denn das drin? Im 12. Jahrhundert enthält Informationen über Techniken und... Über Technik und Technologie. Dazu zählt auch, wie man... Erforderliche Brenntemperatur für Glas... Glasbiserei? Auf geht's. Wir lesen das jetzt. Wo war das? Ich will das jetzt lesen. Achso, wir müssen das in das Inventar legen, glaube ich, ne? So, wir sitzen hier am schönen mittlerweile Abend langsam, ne? Wir machen schon mal ein Licht an. Wenn wir hier lesen wollen. Ja, komm, auf geht's. Entzünden. Hocken uns ein wenig hin. Und vor unserer... Auf unserer Bettkante. Ach nee, wir machen das hier so. So ist doch schon gemütlich. Mit dem Blick auf unser Bett lesen wir jetzt ein paar Bücher. Auf geht's. Wo sind wir denn? Die verschiedenen Künste lesen? Ja, da ist er ziemlich K.O. Dann, aber wir schaffen das. Dann ist es fertig. Mitten in der Nacht. Auf geht's. Feuer machen. Auch komplett. So, was haben wir freigeschaltet? Chance von 50 Prozent, dass die Waffe beim Werfen keinen Schaden nimmt. Ah, die gehen tatsächlich kaputt. Okay, wenn wir Sperr werfen, wären wir besser. Das war das gewesen, genau. Ja, Licht aus. Löschen. Oh, wir nehmen Schaden. Ich muss was essen. Nee, trinken. Trinken ist das Problem. Nichts essen. Aber schnell jetzt hier. So, so dass wir über die Nacht kommen. Oder zumindest... Ja, ist ja schon Tag. So, dass wir halt so lange schlafen können, wie es geht. So, würde ich sagen. Auf geht's. Gute Nacht, mein Freund. Du haust dich jetzt mal so richtig hin. Bist du wieder auf jeden Fall richtig ausgeruht. Haust dir mal so richtig schön Wasser hin, Wannst. Und somit ist das Ding auch leer. Also Wasser verbraucht er definitiv jetzt schneller als Essen. Habe ich denn hier noch Wasser irgendwo drin gehabt? Hier nicht. Gucken, was er da jetzt schon wieder hergestellt hat. Im Behälter. Ja, 17 Mal. Das ist doch gut. Dann müssen wir den wieder vollkriegen mit 15. Auf geht's. Nehmen. Ja, und ihr wisst, wie es ist. Das Ding bleibt nicht fast leer hier stehen. Das füllen wir jetzt wieder auf, bevor wir wieder auf Reisen gehen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es da Wasser gibt an der anderen Insel. Ey, manchmal. Also, bin hier gestrandet zwischen Inseln und. Ja, manchmal, da ist es bei mir halt echt schwierig. Ich weiß. So, was können wir hier noch rausnehmen? Ausgabebehälter. Salz. Salz überholen wir jetzt echt gut, ne? Salz gibt es jetzt richtig. Wird langsam, aber der Ausgabebehälter ist voll. Das heißt, wenn ich jetzt Wasser da hinzufüge, verdunstet es sinnlos, oder? Das weiß ich gar nicht. 44? Verdunstet es trotzdem, bloß er kann es nicht mehr aufnehmen. So verstehe ich das bald. Ja, ist jetzt egal. Erstmal schön gegen den Baum gerannt. Weil das Spiel wieder gespeichert hat, glaube ich. Da leckt es nämlich immer mal kurz. Also, ich war jetzt nicht zu doof zum Laufen. Bin ich auch manchmal halt, ich weiß. Ja, aber kommt von einem das andere jetzt hier. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir losmarschieren. Und dieses Mysterium klären, was da oben ist. Bringt vorher noch das Zeug weg. Was hatte ich denn jetzt da drin, was ich rauszuhalte? Die Bücher kommen wieder ins Regal. Die sind zwar, die sind zwar leer, aber es sieht halt echt schön aus, oder? Ich finde es toll. Ich finde es echt schön, was wir da gemacht haben mit den Regalen. Sieht halt richtig belesen aus. Auf der Kupferinsel haben wir uns extrem studieren lassen. In unserer kleinen, tollen Hütte hier. Aber. Wir brauchen noch ein bisschen Proviant, glaube ich. Also, wir essen, wir haben ein bisschen Speck. Wir haben das, wir haben Fisch. Okay, Essen brauchen wir nicht. Und Wasser brauchen wir eigentlich auch nicht. Also, wir sind eigentlich gut versorgt. Wir können jetzt hier aus der Kiste was naschen. Ein Ei. Spiegeleier. Nochmal. Und nochmal. Dann sind wir jetzt richtig, richtig gut aus... Das brauchen wir nicht. So richtig gut vorbereitet. Die T-Schuhhaut brauche ich auch nicht mit mir rumschleppen. Mann, was habe ich denn denn wieder... Wieso habe ich denn die jetzt einstecken? Komm mit dir her. Ich habe doch eigentlich alles weggeschmissen hier. Raus mit. So, jetzt sind wir gut dabei. Das nehmen wir zweimal mit. Das ist in Ordnung. In die Kiste rein. Aber, wenn es geht. So. Wir sind vorbereitet. Wir sind satt. Wir haben Essen dabei. Wir haben Trinken dabei. Ich würde sagen, auf geht's. Mission Nummer zwei. Wir starten. Aber, wie ist da der Weg am besten zu gehen? Das frage ich mich jetzt gerade. War das gerade durch? Bin ich da immer gelaufen, ne? Und die Fackel an. Ganz wichtig. Wenn du hier gerade durchläufst. Da kommen definitiv Spinnen. Und ich will sie nicht. Ich will sie echt nicht. Ich brauche die nicht. Und vor allem. Möchte ich bitte hier vorne auf der Eins wieder mein Knochenmesser haben. Den Hammer. Den ist schön, dass ich den dabei habe. Ich bräuchte den eigentlich nicht. Aber ist egal. Wir lassen jetzt drin. Ähm. Wo ist mein Fackel? Einmal entzünden. Ja. Entzünden. Es ist Nonsens. Ich weiß. Denkt ihr gerade, was macht ihr für einen Scheiß? Es ist Tag und ich renne mit der Fackel rum. Aber vielleicht seht ihr es gleich, wenn hier irgendwo eine Spinne ist. Wie sie vor mir abhaut. Sag mal. Wieso ist der tot? Hat die Killer-Harpie den Büffel hier erlegt? Da ist ja doch alles drin. Und so wirst du wieder von einem ins andere geschmissen. Ey, Leute. Das kann ich doch nicht da liegen lassen. Der ist voll bis oben hin. Der ist alles dran. Was du brauchst. Die Sehnen. Die Sehnen. Die holen wir uns auf jeden Fall. Ich fass es nicht. Wieso nicht der Büffel da rum? Direkt bei mir. Haben sie mir den geschenkt als Opfergabe? Ich weiß nicht. Also. Hm. Das Fleisch. Ich weiß halt auch nicht, ob das Fleisch gegammelt. Sollen wir das mal testen? Ich hab den nicht geschossen. Der ist wirklich verendet. Wir lassen den mal liegen. Auf dem Rückweg sehen wir das ja. Aber wir lassen das jetzt mal. Nee, die Sehnen, die hol ich mir schon. Die Sehnen sind echt wichtig zum Reparieren von irgendwelchen Sachen. Die hol ich mir raus. Mir sind das auch nicht so schwer. Und jetzt gucken wir mal, was mit dem Büffel passiert. Wenn wir wieder zurückkommen. Weil das liegt ja direkt auf dem Weg, das Ding. Die Sehnen raus. Die Sehnen raus. So. Und weiter geht's im Geschehen hier. Gerade durch. Ich bin damals immer gerade durch marschiert. Und das war eigentlich ganz gut. Da kamen nicht so viele Teeshoos, die mir um den Sack gegangen sind. Aber der Büffel, das ist ja jetzt wieder typisch. Typisch Fountain of Youth. Da willst du was machen? Oh, wir sind schon bei einer halben Stunde. Ach du Scheiße. Da ist die Zeit aber jetzt ganz schön verbrannt hier. Wieder mit meinem Mist, den ich nebenher erledigt habe. Ja, dann werden wir jetzt auf jeden Fall noch in dieser Folge uns da hinkämpfen. Weil das wird sowieso noch spannend. Wir könnten jetzt auch hier gerade durchgehen. Und dann hier links rum. Da würden wir diesen ganzen Scheiß umlaufen. Ich glaube, hier war ein Durchgang. Und hätten ein Teeshoo vielleicht. Weil hier ist auch wieder Teeshoo-Alarm. Ich glaube, hier müssen wir lang. Können wir uns da so ein X machen erstmal? Ja, dann machen wir uns. Das wäre jetzt quasi wirklich gerade durch, oder? So wie ich schaue, ja. Auf geht's, gerade durch im Sprint. Das ist Skorpione. Die werden mir jetzt an... Äh, äh, was denn nur jetzt? Die hätten mich angefallen. So, ich bin jetzt hinter dem Teeshoo, oder? Ja, wie ich mich verstecke mit meinem Karren. Also die Skorpione wären mich jetzt auch angegangen. Wenn ich da jetzt ohne Fackel langlaufen wäre, glaube ich. Ich hätte gerne einen Pilz. Haben wir hier noch einen Pilz irgendwo? Wir brauchen drei davon, um da irgendwas herzustellen damit. Ich glaube, Pilz... Getrocknete Pilze, oder... Oder... Ja, getrocknete Pilze können wir nicht machen. War das der Durchgang? Echt jetzt? Wo bist du? Ich wollte hier eigentlich aus dem Weg gehen, du Penner. Elender. Wir sehen dich. Wo ist denn der? Dahinten sind auch Pilze. Drei Stück. Der muss hier irgendwo sein. Wollt eben eigentlich aus dem Weg. Ja, Pilze kriegen wir auch noch woanders. Ich glaube, hier kann ich doch... Ich glaube, wir haben es damals auch... Extra freigeräumt. Also gerissen. Damit wir dem eben aus dem Weg gehen können, diesen Affen. Die sind dreckig in elenden Teeshoos. Aber Schlangen, da muss ich ja trotzdem noch aufpassen. Können wir das nicht reinrennen? So, hier haben wir einen Kartografierbaum. Und da müssen wir ja eh hin. Für dieses... Was auch immer da... Interessant sein soll. Ich parke mal hier vor dem Baum unseren Kahn. Und dann werden wir hier mal ergründen... Was der mir hier sagen will. Muss ja hier irgendwas verpennt haben. Einen wichtigen Ort oder so. Und der wäre hier, oder? Es bin schon vorbeigelaufen. Es muss hier unten sein. Der interessante Ort ist hier. Hier unten drin, oder was? Eine Höhle. Ey, weh. Ich komme da nicht mehr hoch nachher. Ich muss hier irgendwo sonst... Ah, tatsächlich. Guck mal drunter. Da liegt ein Buch oder sowas. Und das Glätt. Wie komme ich denn da jetzt rein? Also gefunden habe ich schon. Muss ich da übers Wasser rein? Oh, das glaube ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht da mit dem Schiff hinfahren extra. Leute, das könnt ihr nicht machen. Ist doch Mist. Bei mir ist das auch scheiß hoch. Wenn ich da jetzt runterspringe... ...komme ich nicht mehr hoch. Da muss ich komplett außenrum schwimmen. Das ist doch Scheibenkleister. Oder gibt es da eine Möglichkeit, wieder hochzuklettern? Da drüben vielleicht. Kommen wir hier vielleicht runter? Über den Umweg. Das Wichtigste ist, dass ich wieder hochkomme. Das ist das Problem. Was ich so ein bisschen habe. Wenn ich jetzt hier runtergehe, da komme ich schon hin. Aber wenn ich mehr hier hochkomme, dann ist es Mist. Wie ist es jetzt? Ist jetzt egal. Komm. Wir wollen was erleben. Wir wollen das sehen. Erkundungstour. Ich muss hier tauchen bestimmt. Das heißt, wir können auch die Fackel jetzt ausmachen. Die wäre eh ausgegangen, glaube ich. Aber ja, da drüben ist unsere Insel. Moment mal. Das ist die zweite Insel, ne? Haben wir echt so einen weiten Blick? Von der Kupferinsel? Zu der, ähm... Natürlich. Zu der windigen Insel. Da habe ich das kleine Feuer gemacht. Können wir auch darüber schauen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da sehe ich das Rauchsignal jetzt aber nicht. Aber hier kann ich das Rauchsignal noch sehen. Das ist ja krank. Man denkt so, wenn man auf die Karte geht, dass man das hier von hier aus sowieso nicht sehen kann, weil nur mehr. Man muss erst da hinreißen. Ja doch. Ist ja voll gängig. Was haben wir denn hier noch für die Insel? Ja, da waren wir schon drauf. Krabbe und Kokosnuss. Ja, jetzt lassen wir uns mal dahinter auch noch. Dann gucken wir uns wenigstens das an. Also das schaffen wir jetzt auf jeden Fall noch in der Folge. Und danach geht es dann in der nächsten Folge zu dem anderen. Gedöns. Auf geht's. Wir tauchen. Wir tauchen da mal durch. Ui. Hösu. Skorpioner. Seid ihr hier irgendwie? Wenn ihr hier drin seid, dann frage ich mich, wie ihr reingekommen seid. Ich sehe keinen. Ja, guck mal da hinten. Da ist ein richtiges Bett. Warum habe ich mich hier nicht eingerichtet? Ist voll gemütlich. Ah, da hinten. Was bist du denn? Eine Kupferschaufel. Ja, her mit. Ja, kann er hier. Dir geht es nicht so. Schiffskiste. Verwendet. Gewicht. Hä? Oh, da ist Kupfer drin. Her mit. Da oben. Nein. Oh, nein. Ich weiß. Geht mal her hier. Das bauen wir wieder da oben drauf. Das bauen wir wieder da oben drauf. Oh, genau. So, lass mal das stehen. Jetzt mach ich auch die Fackel wieder an, dass ihr was sehen könnt hier. Richtig. Das ist ja ein bisschen... Wenigstens so für den Augenblick. Für die Erkundung. Die Erkundung des Skelettes in der Höhle. Und da ist noch eine Kiste. Warum kann ich da... Warum ist da nichts drin? So eine tolle Kiste. Mega das... Das Holz. Und dann ist da nichts drin. Das ist doch Mist. Tierkadaver, ja toll. Ich kann nur aufräumen. Aber unten eine Notiz mitnehmen. Naja, gut. Notiz des Goldgräbers. Lass uns mal die Notiz des Goldgräbers angucken. Ach, du grüne Neune. Ernsthaft? Notiz des Goldgräbers. Hallo, Abenteurer. Du musst wahrlich ein Abenteurer sein. Sonst hättest du meinen Leichnamen nie gefunden. Mein Name war Daniel Ortiz. Und ich war Teil der Expedition von Ponce de Leon. Ich hätte vom Wasser des Jungbrunnens trinken und ewiges Leben genießen können. Aber stattdessen werde ich hier mitten im Nirgendwo sterben. Ja. Und all das nur wegen diesem Schurken Gonzalo. Er hatte unglaubliches Glück. Er hat eine alte Schatzkarte gefunden und mich mitgenommen. Der Plan war ganz einfach. Wir werden ewig leben und gewaltige Reichtümer finden. Was hätte besser sein können? Aber warum sollte man so etwas teilen? Nicht wahr? Das hat mein Partner auch gedacht. Nachdem wir den Schatz gefunden und ausgegraben haben, hat er mich im Schlaf überfallen, meine Beine gebrochen. Ach du scheißes Arm Schwein. Und mein Brot zerstört. Außerdem hat er mir eine Schaufel hinterlassen und mir spöttisch vorgeschlagen, ich sollte mir ein Grab ausheben. Ja. Statt nach Schützen zu graben. Äh ja. Meine Lesekraft, die geht wieder dahin. Auf das er für alle Ewigkeit verflucht ist. Ich verlasse mich jetzt auf dich, Reisender, um meine Überreste zu begraben. Ach, kann ich hier begraben? Echt jetzt? Hm. Und wenn du Glück hast, diesen Schurken Gonzalo zu bestrafen, falls er noch am Leben ist, er wollte zur Expedition zurückkehren. Herr, vergib mir meine Gier, meine irdische Sünde. Alles klar. Okay. Dann haben wir das auch gelesen jetzt hier. Ich bin noch ein bisschen nass. Aber ich kann den doch nicht, ich kann den doch gar nicht begraben. Sowas geht doch nicht, oder? Kann ich das machen? Ich kann mit der Schiffskiste interagieren, aber ihn jetzt begraben, das geht nicht, gell? Geh auseinander nehmen. Was kann ich da machen? Mit der Axt. Was will er da? Krieg viermal Holz? Und meine Obsidian-Axt macht er um 16 kaputt? Nein. Ja, jetzt habe ich gedacht, wir finden hier voll das direkt richtig viel mega krasse Event. Aber damit haben wir das jetzt auch, ne? Ich habe da Spielerschlafsack immer noch da irgendwo liegen, ne? Der muss auch hier irgendwo sein. Hat er hier echt die Beine gebrochen? Der Gonzalo, der Drecksack. Das arme Schwein. Und der Erben hier verdonnert. Warum? Was hängst du denn jetzt? Geh da hin, ich will ein schönes Bild haben. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, da könnte man ein Thumbnail draus bauen. Ihr kennt mein Problem, das Thumbnail bauen. Alles klar. Okay. Naja, gut. Das war dann weniger, als ich dachte. Und das Bett, können wir das zerlegen. Interaktion. Aber wir lassen das da. Komm. Das soll es jetzt nicht sein. Auf geht's, wir schwimmen weiter. Und hoffen, dass wir hier wieder rauskommen. Mehr gibt es hier nicht. Die Kisten. Ich will nur wieder hier hoch. Ich will nur wieder hier hoch. Ach, danke. Das war meine Angst gerade. Nein, ich muss doch wieder hoch, Leute. Das könnt ihr euch machen. Verdammt, wie fliegt's? Wo bin ich denn hergekommen? Ich bin doch hier runtergekommen, oder? Jetzt geht's genau los. Jetzt habe ich genau die Angst, dass ich hier nicht mehr weiterkomme. Wieder hoch jetzt. Ja, wir sind ja mittlerweile gut gepimpt hier im Klettern. Da kommen wir da lang wahrscheinlich, oder? Ja, ich will nur wieder zu meinem Kahn. Hallo, Frau Schlange. Vielleicht bin ich jetzt von meinem Kahn eigentlich weg. Der war... Ach, du Scheibenkleister. Der ist ja da drüben irgendwo. Ja, und ich bin genau beim Tejou. Ja, ja. Genau in die Falle gedammt. So ein Mist. Da will ich nicht runter. Da gehen wir nicht runter. Also da drüben beim Baum habe ich doch geparkt, ne? Das wäre ja selten dämlich. Überall fauchts und zitschts, Jonas. Diese Insel so gnadenlos. Feindselig dem Spieler gegenüber. Ich glaube, wenn ich jetzt hier runterfallt, tue ich mir weh. Ist das der Baum, wo meine Karre steht? Wo ist mein Kahn? Und das ist der Baum da hinten. Jetzt bin ich total durcheinander. Nee, das ist der Fall. Oh je, nee, nee. Das müsste dann doch der sein. Da ist mein Kahn. Oh Mann. Also doch da rüber. Können wir über die Berggipfel steigen? Komm schon. Nein, die Walle. Nein. Die muss hier raus. Die muss hier weg. Mach keinen Scheiß, Junge. Geh da rüber. Ich will über die Berggipfel da wieder rüber zu meinem anderen Standpunkt. Oh ey, echt jetzt? Da ist mein Kahn. Da drüben an dem Baum. Und da will ich jetzt hin. Jetzt sieh zu, dass du da hinkommst. Da hoch einmal. Oh, das kann doch jetzt nicht sein. Geh jetzt da hoch, Junge. Geh doch. Oh, oh, oh. Ach, wisst ihr, ey. Komm, dann brech dir halt die Beine. Echt jetzt. Aber doch nicht. Bis ich da sonst wieder dort bin. Das ist ja, da geht ja Jahre da rum. Jetzt bin ich schon wieder bei dem, oder was? Oh, jetzt komm doch da einfach mal hoch. Was ist denn mit dir falsch? So, ab zu unserem Wagen. Darüber will ich jetzt runter. Geh doch. Und wer hat den schon wieder umgeschmissen? Das gibt's doch nicht. Ist ja von selbst umgefallen, weil ich da rausgelaufen bin. Ach, tatsächlich. Dann müssen wir eben den anders hinstellen, sodass er nicht umfällt. So. Mit Blick auf die Harpie und auf unseren noch nicht ganz vollen, aber jetzt schwereren Gisten kann hier mit einer extrem guten Kupfer-Schaufel, die wir gefunden haben. Das können wir auch rauspacken. Das brauche ich jetzt nicht, ja. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Folgenkart. Wir sind bei 3,40 Minuten und in der nächsten Folge geht's dann weiter hier hoch. Wir holen das Kupfer. Aber wir haben den interessanten Ort entdeckt. Den, ja, Visa. Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir das irgendwo hier? Können wir das irgendwo nachlesen? Buchstaben des Käptens? Nein, nein. Meeres und überhaupt Bücher? Nee. Notizen neben Artefakten. Der Kajütte von Ponce de Léon. Bla, bla. Das war doch wieder eine Notiz. Ich weiß nicht, ob das... Wie der das hier... Artefakte? Ah, Moment. Gegenstand Story. Story Notizen. Brief von Ponce de Léon. Dann Schiffbrüchigen. Ponce de Léon. Abwegig. Nein. Der Goldgräber. Den haben wir jetzt hier. Das war's. Ah, so funktioniert das. Das ist ganz gut zu wissen. Also diese... Diese interessanten Orte können wir hier durchschalten. Story Notizen. Das fetzt. Also die Notiz des Goldgräbers habe ich hier vorgestammelt mit meiner Lesekunst. Ihr Kinder, wenn ihr hier zuschaut, ihr noch in die Schule gehenden, tut es nicht wie ich. Seid nicht faul und guckt nur irgendwelche YouTube Videos und lest nicht selber Bücher. Oder so wie ich, nur Filme gucken und nur spielen, weil aufnehmen war damals noch nicht in meinem Alter. Lest Bücher. Und auch in der Schule, wenn ihr was aufkriegt, dann macht es wirklich. Versucht es auch. Mir ist es immer schwer gefallen und das heißt, seht ihr jetzt auch hier mit meiner Leseschwäche, die ich habe. Manchmal lese ich Sachen vor, die da gar nicht stehen. Und um das zu vermeiden, lernt lesen und macht es ordentlich. Nicht so dumm wie ich. In dem Sinne, komm, wir hören jetzt hier einfach auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vielleicht ein Abo für die nächste Folge. Und ich bin raus. Habt einen schönen Abend. Wie immer auf dem Kanal. Wie gesagt, wir gehen zum Kupfers nächstes Mal, ne? Wie immer auf dem Kanal. Tschö, bedö. Tschö, bedö.